Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist ein Video zum Testen von Mikrofonen von Soundqualität. Denn Sound ist A und O in Videos. Deswegen teste ich heute einmal das interne Mikrofon der Sony, ein rote Videomic und ein Lavalier-Mikrofon. Hier. Okay, viel Spaß mit dem Video. Mikrofon Nummer 1 ist das interne Mikrofon der Sony. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man mich hört, ob man die Blätter hört, die Vögel da hinten oder ob man die Autobahn hört. Keine Ahnung. Und wie gut auch der Sound an sich ist. Ich glaube, er hört sich sehr blechern an, aber keine Ahnung. Wir werden es ja herausfinden. Das ist das interne Mikrofon. So, ich gehe einmal rum, um zu hören, wie die Audio so ist, wenn ich mich einmal um die Kamera herum bewege. Und jetzt stehe ich hinter der Kamera. Wie ist der Sound auch hier? Ist es ertragbar oder nicht? Ich würde sagen, doch, oder? Also, ich stehe wieder vor der Kamera. Ist der Sound gut oder eher nicht? Kommen wir zum nächsten Mikrofon. Mikrofon Nummer 2. Es ist das Rode Videomic. Um die 50, 60 Euro. Ist eigentlich ziemlich okay. Hat viel Surround-Sound. Also es nimmt sehr viel drumherum auf. Ist es, glaube ich, für Events oder so Run-and-Gun-Sachen, wo man halt jetzt nicht unbedingt ein Mikrofon irgendwo an den Körper bringen kann. Oder halt für gewisse Action-Sachen, wo man ein bisschen halt den Ton drumherum mitkriegen möchte. Da ist es ziemlich gut, würde ich sagen. Weil man hört den Sound jetzt einmal vor der Kamera. Und ich glaube, wenn ich jetzt einmal rumgehe, hört man auch den Sound hinter der Kamera. Zwar, glaube ich, nicht so gut wie vorne. Aber das ist ein guter Test. Ich würde sagen, da hört man das ziemlich gut. Also einmal wie ich vor der Kamera rede. Und auch einmal hinter der Kamera. Ja, das ist der Sound mit dem Rode Videomic. Mikrofon Nummer 3. Ein Lavalier-Mikrofon. Hier. Das heißt, eigentlich müsste der Sound ziemlich okay oder gut sein. Er geht hier rein in den Sender in meiner Hosentasche. Oder wie gesagt, ich kann noch einmal gerade zeigen. Also hier in den Sender geht es einmal rein. Kommt dort raus und geht in die Kamera. Ich glaube, der ist ziemlich okay, der Sound. Ich bin mir gar nicht sicher. Das wäre der Test heute. Und ich kann auch, glaube ich, einmal rumgehen. Und man hört mich, glaube ich, genauso gut jetzt immer noch neben der Kamera und auch hinter der Kamera. Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Was ich jetzt aber testen würde, ist, wie weit kann ich jetzt weggehen? Wie weit kann ich weggehen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, man hört mich immer noch ziemlich gut. Dürfen jetzt, glaube ich, so 5 Meter sein vielleicht. Ich kann auch einmal mal zählen. Gleich. So, aber ich denke mal, das könnten jetzt schon so an die 10 Meter sein. Ich hoffe, man hört mich immer noch gut. Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, wie weit es reicht. Laut Internetangaben 150 Meter. Vertraue ich nicht so ganz. Aber ich denke mal, für den ganzen Nahbereich, wo ich filmen werde, reicht das hier vollkommen aus. Ich hoffe, man hört mich immer noch. Ich würde jetzt mal so schätzen, das sind jetzt so 15 bis 20 Meter. Aber wir können noch mal weitergehen und gucken, wie weit es eigentlich noch reicht, das Signal. Ich bin ziemlich gespannt. Ja, hört man mich noch? Also, jetzt denke ich mal so 25 Meter bis 30 Meter vielleicht. Ich bin ziemlich schlecht im Schätzen. Aber ich glaube, man kann erahnen, was man damit machen kann oder wo es hingeht. Wie, ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal zum zeigen, wie weit der Sound reicht. Obwohl, vielleicht gehe ich noch einmal gerade weiter. Okay, ja. Einmal ziemlich weit gehe ich jetzt noch. Bis hier hinten. Ich weiß nicht, wie groß ich noch im Bild zu sehen bin, aber ich stehe jetzt hier hinten. Einmal so mit dem Sender nach vorne. Jetzt drehe ich mich einmal um mit dem Sender nach hinten. Ich hoffe, man versteht mich noch. Wenn nicht, dann war es jetzt ein guter Test. Und jetzt dürfte man auch, glaube ich, nicht die Autobahn hören. Man dürfte auch nicht die Blätter hören. Oder die Vögel, die da zwitschern. Und ich sage einfach mal nichts. Obwohl es einfach Spaß macht, hier mitzufahren. Ja, geil. Ja, einfach die Sonne. Oh, das liebe ich ja hier ran. Wenn die Sonne einem so ins Gesicht scheint. Shiny. Ich glaube, mit dem Mikrofon kann man ziemlich zufrieden sein. Denn guter Audio ist A und O in Videos, damit man sich die auch angenehm anschauen kann und anhören kann, die Videos. Deswegen teste ich es, damit ihr wisst, was man kaufen kann. Das war jetzt erstmal nur ein Feldtest, mitten im Nichts, um zu gucken, wie an sich die Qualität ist. Ich zeige jetzt noch einmal in die Kamera genau, welche Produkte es waren. Das ist das Rode Video Mic. Ziemlich klein und kompakt, perfekt zum Reisen, um Umgebungsgeräusche aufzunehmen, wie ein Wasserfall, wie Straßengeräusche, etc. Das hier ist das Synco G2 A2 Pro mit einem USB-Stecker an der Seite, denn diese Case, in der es kommt, sehr hübsch eigentlich verarbeitet, ist das gleichzeitig auch die Ladebox für die Mikrofone. Es gibt ein Fach oben, wie man hier sieht, in dem oberen Fach sind Kabel drin, die zwei Lavalier-Mikrofone, die im Lieferumfang enthalten sind, plus Deadcats, Windgeräuschkiller. Und unten sieht man dann quasi die drei Geräte, nämlich einmal den Receiver, die zwei Transmitter und es ist einfach eine schöne Box, sehr übersichtlich. Genau. Und man kann auch sehen, sie sind magnetisch. Man kann sie rausheben und landen magnetisch wieder drin und laden auch in dieser Box. Perfekt zum Reisen. Zum Abschluss nochmal ein kleines Fazit zu den beiden Mikrofonen, auch wenn es nur am Rande kurz über das Rode geht, weil hier in dem Video geht es hauptsächlich um das Synco A2 G2 Pro. Also zum Rode. Es ist super günstig mit um die 50 bis 60 Euro. Es ist für Outdoor ziemlich geil, wenn man oder für Events, wenn man irgendwie die Umgebungsgeräusche noch mit aufnehmen möchte. Für irgendwelche langen Interviews ist es vielleicht nicht das Beste, weil man hat viele Störgeräusche und es ist einfach klein und leicht. Also ein positiver Punkt zum Rode ist, es braucht keinen externen Strom. Es nutzt den Strom aus der Kamera. Das ist perfekt. So, kommen wir zum Synco G2 A2 Pro. Ist jetzt mein allererster Einblick zu dem Mikrofon, mein allererster Test, wie so die Qualität ist. Ich bin ziemlich zufrieden, ziemlich überrascht, denn Preis-Leistung, finde ich, stimmt es hier. Bis jetzt, mal gucken, was eine Langzeit-Test ergibt, wenn ich sie in den nächsten Wochen, Monate weiterhin testen werde, werde ich nochmal ein Update geben. Aber jetzt gerade zum Anfang, finde ich, das war ein super guter Kauf, eine super gute Entscheidung, das sich zu holen. Denn es muss man zwar extern laden, es nimmt keinen Strom aus der Kamera, sondern es hat Akkus verbaut. Durch diese Ladebox ist es aber kein Problem, weil wenn man es gerade nicht nutzt, lädt es automatisch. Das ist ein super Pluspunkt, finde ich. Es ist super kompakt, diese kleine Box, in der alles drin ist, der Transmitter, die beiden Receiver, ne, der Receiver und die beiden Transmitter. Und die beiden Lavalier-Mikrofone, die mitgeliefert werden, sind vom Sound her ziemlich okay. Es gibt noch zwei Deadcats, die dabei sind und zwei Halterungen, zwei Klammern, womit man es an der Kleidung befestigen kann. Also overall, für den Preis, für 179 Euro, 180 Euro, ist es günstiger als das Rode Wireless und als das DJI Mic und als das Sony Wireless. Also, da gibt es einige Konkurrenten und ich finde das hier einfach preis-leistungsmäßig ziemlich okay. Ich werde es mal vergleichen mit den anderen, aber in dem Video hier habe ich mich jetzt erstmal nur auf das konzentriert. Im Vergleich zu dem internen Mikrofon, im Vergleich zu dem Rode VideoMic, finde ich es eigentlich eine super gute Alternative. Vielen lieben Dank fürs Schauen dieses Videos. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie das Video war, wie ihr das Mikrofon findet, ob ihr das schon kennt, ob ihr damit Erfahrungen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!